Guten Morgen People! Hallo Leute! Hallo Leute! Hallo meine Freunde! Und willkommen bei Grow Grow Lifestyle! Fitness ist mehr als nur ein Lifestyle. Es ist mehr als nur ein bisschen Sport zu machen, sondern es ist ein Instrument, um deinen Geist, deinen Körper zu kontrollieren. Leute, es ist nichts im Leben unmöglich und ihr selbst entscheidet, ihr selbst entscheidet, ob ihr positiv oder negativ durch das Leben gehen wollt. Leute! Ihr seid so jung und ihr seid die Zukunft! Ihr sind die Zukunft! Dass wir positiv durch das Leben gehen! Positive! Und wir werden nicht gehen! Wer definiert schon, was normal ist, was verrückt ist? Die Gesellschaft. Ey, wenn ihr Lust habt zu schreien! Jaaaaahhhhh! Dann schreit! Ich denke zu 100% an diese verfickten Beine und an nichts anderes! Und wenn der draußen ein Teoranschlag ist, dann schreit's drauf! Ich konzentriere mich auf meinen Beinen! Das war's für mich. Das ist Zerstören. Let's get's weiter. Schmerzen in Training. Gehören zu einem erfolgreichen Ende uns zu? Der Muskel, der Körper, der muss brennen. Es muss wehtun. Aus geht der einzelne Muskelfaser richtig zerstört. Und wenn ihr euch was sagt und im Kopf habt. Dann zieht es verdammt nochmal. Einfach durch. Schmerzen in Training. Schmerzen in Training. Schmerzen in Training. Schmerzen in Training.